Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Bitcoin-Trading.de. In dem heutigen Video analysieren wir den aktuellen Bitcoin-US-Dollar-Chart und besprechen die neuesten Bitcoin-News. Also bleibt dran, es wird wie immer sehr informativ. Beginnen wir das heutige Video mit den Bitcoin-News und die wichtigsten Neuigkeiten momentan im Markt sind die Geschehnisse um die Silvergate Bank. Die Silvergate Bank konnte vorgestern ihren Jahresbericht nicht veröffentlichen, da sie zuvor hier nochmal evaluieren müssen, ob sie überhaupt noch solvent sind. Daraufhin hat das natürlich hier für einige Unsicherheit im Markt gesorgt. Die Silvergate Bank ist ja noch daraufhin um 57% gefallen, also die Aktien hier zur Silvergate Capital. Und daraufhin konnten wir auch beobachten, dass der Bitcoin-Preis um 6% gefallen ist. Und es kam auch im Markt zu einem Long-Squeeze. Daraufhin wurden hier im Markt Long-Positionen in Wert von über 200 Millionen Dollar liquidiert. Und jetzt einmal dazu, warum ist die Silvergate Bank für unsere Krypto-Industrie so extrem wichtig? Also die Silvergate Bank hat Fiat-Transaktionen in Echtzeit abgewickelt. Normalerweise bei einer Bank ist es ja so, dass eine Transaktion ein, zwei Tage dauert, bis sie durchgeht. Bei der Silvergate Bank war das direkt möglich. Und somit konnten eben vor allem hier die großen Börsen durch die Silvergate Bank Fiat-Transaktionen direkt ausführen in Echtzeit. Und somit eben das Silvergate Exchange Network, kurz SEND, eben hier als Fiat Off- und On-Ramp benutzen. Zusätzlich ist es eben auch so, dass unter anderem hier zu dem Silvergate-Netzwerk extrem viele Marketmaker gehören. Und diese können eben hier auch direkt Transaktionen mit Silvergate durchführen und bekommen dann so direkt Zugang zur hohen Liquidität. Und gleichzeitig können hier auch die Partner im Netzwerk, also hier die Exchange, untereinander 24-7 Transaktionen durchführen. Und somit sieht man einfach, dass Silvergate extrem wichtig war, was hier die Liquidität angeht. Und eben auch hier Fiat Off- und On-Ramps auf den verschiedenen Börsen. Jetzt ist es so, dass die größten Partner, also hauptsächlich die größten Exchanges jetzt schon, ihre Zusammenarbeit mit Silvergate eingestellt haben. Nachdem hier bekannt wurde, dass eben Silvergate Bank höchstwahrscheinlich hier in Schwierigkeiten steckt. Unter anderem gehörten dazu Circle, Paxos, Bitstamp, Galaxy Digital und Coinbase. Und zusätzlich hat hier auch MicroStrategy, welcher einen Kredit in Höhe von 200 Millionen Dollar bei Silvergate genommen hat, hier auch schon bekannt gegeben, dass sie jetzt hier durch die mögliche Insolvenz von Silvergate in keine Schwierigkeiten geraten. Sie müssen ihren Kredit erst im ersten Quartal 2025 zurückbezahlen. Und das hat auch nichts damit zu tun, eben selbst wenn Silvergate eben insolvent geht, wird eben hier der Kredit nicht früher fällig. Also sie müssen hier ihre Schulden erst zum ersten Quartal 2025 begleichen, egal ob Silvergate solvent bleibt oder insolvent geht. Und gleichzeitig haben sie hier auch bekannt gegeben, dass sie ihre Bitcoin nicht bei Silvergate gelagert haben und dass sie ansonsten eben auch keine Geschäftsbeziehungen zu der Silvergate Bank haben. Das heißt also, sie sollten hier, selbst wenn Silvergate pleite geht, keinen Schaden aus dieser Situation nehmen. Das bedeutet also zusammengefasst, die großen Börsen hier haben sich höchstwahrscheinlich schon rechtzeitig zurückgezogen und dürften nicht in Schieflage geraten, wenn jetzt hier Silvergate Insolvenz anmelden muss. Allerdings hat Silvergate hier auch mehrere kleinere Partner noch, weitere kleinere Börsen, die hier potenziell noch Gelder bei Silvergate liegen haben, auf die sie eben dann nicht mehr zugreifen könnten. Das könnte also dazu führen, dass sie wieder eine Art Domino-Effekt sehen, in dem Moment, wo Silvergate eben dann Insolvenz anmelden muss, könnte es eben sein, dass dann eben mehrere kleinere Börsen vielleicht auch eben bekannt geben müssen, dass sie insolvent sind, da sie eben dann nicht mehr für ihre Gelder, die sie bei Silvergate oder dem Silvergate-Netzwerk geparkt haben, zugreifen können. Zudem werden hier auch wahrscheinlich die Marketmaker stark betroffen sein, dass sie eben jetzt hier keinen so schnellen Zugriff mehr auf Liquidität haben. Also der gesamte Markt dürfte weiter illiquide werden und das kann eben zu Ineffizienzen führen im Markt, wobei dann eben größere Bewegungen aufgrund des dünneren Orderbooks sowohl zur Upside als auch zur Downside ausgeführt werden können. Soweit zur aktuellen Situation, sobald wir genauere Informationen erhalten, welche natürlich wieder ein Video dazu veröffentlichen. Jetzt schauen wir uns noch die Chart-Technik-Situation zu Bitcoin an. Jetzt befinden wir uns auf dem aktuellen Bitcoin US-Dollar 4-Stunden-Chart und wie ihr sehen könnt, durch den jüngsten Ausverkauf haben wir genau mit dem Rig die Unterseite unseres aufwärtsgerichteten parallelen Channels hier angetestet. Diese untere Trendlinie haben wir in dem letzten Video hier als wichtigen Support besprochen, da wir hier die letzten höheren Tiefs geformt haben. Ihr seht, im jetzigen Zeitpunkt hat er die Support noch gehalten. Wir haben so gesehen hier auch in der kurzen Frist nochmal ein höheres Tief geformt. Und so weit sind wir hier jetzt immer noch in der kurzen Frist auf dem 4-Stunden-Chart in einem Aufwärtsstrend und somit eben noch in einem Aufwärtstrend. Aber wie ihr auch sehen könnt, wir haben hier eine wichtige horizontale Supportlinie aufgegeben. So ist das hier diese schwarze Supportlinie bei 22.500 Dollar. Ihr seht, wir hätten hier zuvor mehrfach immer wieder Support gesehen. Und jetzt seht ihr, sind wir unter diesem Support gefallen und werden aktuell hier abgelehnt. Das bedeutet also, vorheriger Support dient jetzt als Resistance. Das ist an sich auf jeden Fall trotz allem ein belgisches Anzeichen und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier wirklich jetzt das Potenzial haben, belgisch aus unserem Rising Channel auszubrechen. Dieses Trading Setup haben wir hier ja schon im letzten Video besprochen. Das heißt also, in dem Moment, wo hier die aufgerichtete blaue Trendlinie brischt, und wir gleichzeitig noch das letzte höhere Tief fallen, also hier ungefähr unter die 21.500 Dollar, dann können wir hier Short gehen, die nächsten zwei Preissiele wären dann einmal hier die 20.000 Dollar, das ist hier diese erste rote Linie, und das nächste Target, nachdem wir durch diese Linie hier fallen, wären dann hier noch ungefähr die 18.500 Dollar als zweites Target. Den Stop Loss würde ich hier über die vorherige Supportlinie hier ziehen, auf ungefähr 23.000 Dollar. Dann haben wir hier ein Risiko von ungefähr 4% am potenziellen Gewinn bis zum ersten Target von 7%, vom zweiten Target zu 16%. Das wäre jetzt hier mein aktuelles Short Training Setup. Wir können hier noch einmal auf den Luxe Algonicator schauen. Ihr seht, der Luxe Algonicator hat uns hier schon vor ein paar Tagen ein Short Signal gegeben. Aktuell ist hier das Short Signal auch schon bestätigt. Ihr seht, wir sind unter der Neo Cloud. Der Trend Tracer ist rot, die Kerzen sind rot. Nichtsdestotrotz würde ich hier das Signal noch nicht traden. Ich würde wirklich darauf warten, bis wir hier einfach von der Marktstruktur, neben dem Luxe Algonicator, hier auch nochmal die Short Bestätigung erhalten, indem wir wirklich hier eben unter die blaue Linie und unter das letzte höhere Tief gefallen sind und erst dann hier Short gehen. Soweit die aktuelle Situation hier auf dem kurzfristigen 4-Stunden-Chart hier für den Bitcoin. Dann blicken wir hier jetzt noch einmal auf den übergeordneten Chart, also auf den Wochenchart und hier hat sich die Situation bisher noch nicht nennenswert verändert. Ihr seht, wenn wir hier nochmal unsere zwei wichtigen Moving Average aktivieren, also die 200er MA und die 21er EMA, seht ihr nach wie vor, sind wir hier noch in der neutralen Zone. Wir sind immer noch über unserem Bull Market Support Band, aber immer noch unter der 200 MA, also das heißt, der Bitcoin ist hier immer noch in der Klemme, also ist hier immer noch zwischen Support und Besitzungs gefallen und hier würde ich wirklich darauf warten, bis wir ein übergeordnetes Signal erhalten, das heißt also entweder unter die 20.000 Dollar und unter die 1.000 MA fallen, dann könnte ich mir wirklich noch mal eine kurze Abwärtsfelde vorstellen in Richtung des aktuellen Bodens, also hier in Richtung 16.000 Dollar, sollte hier die Sache sich bereinigen mit der Silvergate Bank und es kommt nochmal Bulles Momentum auf, würde ich hier warten, bis wir über 25.000 Dollar gestiegen sind für einen übergeordneten Trade, dann hier Longin in Richtung 30.000 Dollar, das heißt also hier auf dem übergeordneten Chartbit, auf dem Wochenchart hat sich momentan nichts verändert, wir sind immer noch hier in der neutralen Zone eingeschlossen, müssen darauf warten, ob zuerst der wichtige Support oder der wichtige Widerstand hier nachgibt. Das war es schon wieder mit dem heutigen Video. Wenn dir dieses Video gefallen hat und ich dir in diesem Video ein Mehrwert bieten konnte, würde ich mich extrem freuen, wenn du mich jetzt kostenlos unterstützt und meinem Kanal ein kostenloses Abo da lässt und die Glocke aktivierst und auf alle stellst, sodass du immer eine Benachrichtigung erhältst, wenn ich auf meinem Kanal ein neues Video uploade. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit.